Halleluja! Wir grüßen euch aus dem wunderbaren Uganda, der Perle Afrikas. Und ich habe heute die Freude, vor mir einen Pastor zu haben, der wirklich ein Wunder Gottes ist. Sein Name ist Jerome Wolf. Er ist verheiratet mit einer wunderschönen Frau, hat ein wunderbares Kindlein gerade bekommen und er ist jetzt Pastor von einer neuen Gemeinde in Nürnberg. Standortleiter. Standortleiter dort. Und er ist auch im Fernstudium bei Strahlender Freude in Pforzheim. Und sein Zeugnis ist so bewegend, dass ich ihn gebeten habe, ob er nicht jetzt einmal das auf YouTube machen kann, sodass viele Menschen ermutigt werden und dass viele Menschen spüren, bei Gott ist nichts unmöglich. Und der Jerome wird auf Deutsch sprechen und ich werde ihn auf Englisch übersetzen. So, I want to say it also in English. I have the joy to be here with Jerome Wolf. He is a pastor in Germany and he has a testimony, I promise you, from zero to hero, from nobody to somebody for everybody. And I love these transformation testimonies, where you see that there was no hope in a human, in human thinking, but God, God, for God, nothing is impossible. And he looks not, you know, for the self-righteous, he looks for those that need him. And Jerome took hold of the grace that God poured out in his life. And now we want to hear his testimony. He will speak in German, but I will translate him in English. Amen. Now it's you. Okay. Ja, ich heiße Jerome Wolf. Ja, my name is called Jerome Wolf. Mama Maria hat mich ja eben schon vorgestellt. I just introduced him to you. Ich bin in Nürnberg geboren, in Deutschland. I am born in Nürnberg in Germany. Ich komme aus einer Sinti-Familie. I am a member of a of a Gypsy-Familie. Yes, Gypsy-Familie, the lost tribe of Israel. Genau. Und wir Sinti leben ja nach unserer Kultur. Ja. And we Gypsies, we live very much in our Tradition, in our culture. Und so bin ich auch wohlbehütet aufgewachsen. So I grew up very protected. Und hatte eigentlich schon ziemlich früh große Ziele. And I was still very young when I had big goals for my life. Für mich war immer große Autos, große Uhren, Luxusleben. Es war immer mein Streben. My goal and my whole determination was to have big cars, big watches, a good, very, very blessed life. And that was, I was, what was my goals in my life. Ich durfte jetzt erkennen, durch meine Autobiografie, die ich am Schreiben bin. And I'm just writing now my autobiography and my life story. And I could recognize in doing this. Dass ich schon in ganz jungen Jahren falsche Denkmuster entwickelt habe. That at a very young age I developed wrong thinking patterns. Und in meinem jugendlichen Alter wurde das dann auch stärker ausgeprägt. And even while I was still young, these false thinking patterns got even stronger. Ich habe, ich war immer Handelsmann. Ich habe Geschiffte betrieben mit allem, womit man Geld verdienen kann. I didn't miss an opportunity where you could make some money. I was a businessman where the skin touched me. Billig kaufen und teuer verkaufen. I wanted to buy cheap and sell expensive. Hauptsache es bleibt viel in der eigenen Tasche. The main thing was, that a lot of profit was in my pocket. Steuern zahlen kannte ich nicht. To pay taxes, that was foreign to me. Erst seit ich Christ bin. What? Erst seitdem ich Christ bin. But since I'm a Christian, my life changed. Halleluja. Und ja, ich hatte auch eine Gebäudereinigung. Das heißt, ich habe Häuser saniert. Ich hatte nie wirklich eine Firma. Aber ich konnte mich immer gut als Firma repräsentieren. Ich habe ziemlich früh erkannt, dass ich Menschen sehr gut manipulieren konnte. Und dass die Menschen mir glaubten. Und das habe ich gnadenlos ausgenutzt. Und ich habe das wirklich so viel, wie ich konnte. Um mich selbst zu bereichern. Egal, wie viel Geld ich auch erbeutet habe. Irgendwie war es nie genug. Ich wollte immer mehr, mehr und mehr. Und ich war ein sehr großer Lebemensch. Ich habe sehr viel gefeiert. Viel Alkohol. Frauen. Und irgendwann kam auch Kokain dazu. Ich denke, wenn man sich in diese noblen Kreise begibt, dann ist der nächste Step zu dem Schritt Kokain nicht weit weg. Ich kann heute sagen, dass das alles eine hundertprozentige Scheinwelt ist. Die Menschen fahren mit großen Autos vor und tragen Rolex-Uhren und trinken Champagner. Aber in ihrem Herzen sind sie unglücklich. Ich weiß es. Ich war nie glücklich. Ich hatte keinen Frieden. Ich habe mich dann sehr jung auch von meiner ersten Lebensgefährtin getrennt. Mit der ich einen Sohn habe. Und das hat mich geprägt. Ich habe ab da nur noch im Partyleben gelebt. Und von dann auf hatte ich keine exklusiven Beziehungen mehr. Ich habe nur in Partys gewonnen. Ich habe so viel Geld ausgegeben, dass ich es gar nicht mehr verdienen konnte. Und damals hatte ich zwei, drei beste Freunde. Und man hört und sieht ja sehr viel. Und wir haben mitbekommen, dass ein Bekannter einen Betrug gemacht hat. Und wir haben mitbekommen, dass ein Mann, den wir sehr gut kennen, als falscher Polizist gemacht hat. Er ging zu älteren Leuten und hat ihnen das Geld und das Gold weggenommen. Angeblich zur Sicherheit für sie selbst. Und als ich diesen Part gehört habe, was er getan hat, ging es bei mir sofort Klick. In meinem Kopf war es ein sofort Klick. Ich kannte ja noch viele, viele Kunden von früher. Ich kannte viele Häuser, wo ich wusste, da sind Wertgegenstände und viel Geld. Und ich wusste auch, die erkennen mich nicht mehr. Also hat mein ehemaliger Partner und ich den Schritt gewagt und gesagt, das probieren wir aus. Und so hatten wir den ersten Betrug begangen als falscher Polizist. Und es hat super funktioniert. Wir hatten eine ganze Tüte voll Gold und eine Menge an Bargeld. Manchmal gab es auch Tage, wo wir über 30.000 Euro erbeutet haben. Aber so schnell wie es kam, so schnell war es auch weg. Ich habe noch mehr über meine Verhältnisse gelebt als vorher. Ich habe auch den Durchblick komplett verloren. Ich wollte ganz hoch hinaus. So catch me if you can a style von diesem Film. Ja. Fang mich, wenn du kannst, in dem Stil. Catch me if you can. Genau. Mir kann eh niemand was nachweisen. Größenwahnsinnig geworden. Ich habe es wirklich verloren. Wobei ich tief in meinem Herzen damals schon immer ein schlechtes Gewissen hatte. Aber tief in meinem Herzen, und ich kann mich noch an eine Tat erinnern, als irgendwas in meinem Herzen gesagt hat, dreh um und bring es zurück. Heute weiß ich, das war der Heilige Geist, der damals schon zu mir sprach. Das ist die Gnade Gottes. Und das war die Gnade Gottes. Aber natürlich habe ich damals nicht gehört. Aber natürlich habe ich damals nicht gehört. Entschuldigung. Und dann kam der Tag, an dem sie mich verhaftet haben. Und dann kam der Tag, an dem sie mich verhaftet haben. Irgendwann bricht jedes Kartenhaus zusammen. Wir wurden verhaftet und ich bekam mein erstes Urteil von vier Jahren und drei Monaten. Und ich musste dann nach der Ur-Untersuchungshaft auf Therapie. Dort hätte ich eigentlich meine Sucht aufarbeiten sollen. Aber mir ging es im Gefängnis so gut, dass ich nichts gelernt hatte. Ich hatte eine Einzelzelle mit Fernsehen. Ich hatte ein illegales Handy. Ich hatte immer Einkauf. Ich dachte mir, so schlimm ist es ja gar nicht. Also ich hatte nichts gelernt. Ich kam nach einem knappen Jahr untersuchungshaft direkt auf Therapie. Und dort habe ich dann quasi meinen Alltag erst mal angefangen zu leben. Es ist das Ambiente wie in einem Krankenhaus. Keine Gitter. Keine Gitterstäbe. Die Türen sind immer offen. Telefon an der Wand. Super. Es war für mich wie eine Entlassung. Anstatt mich auf mein Leben und die Probleme zu konzentrieren, war ich schon mit Gedanken bei der Entlassung. Und bei den nächsten Betrügereien. Ich habe keinen Alkohol mehr getrunken und keine Drogen genommen. Also dachte ich, wenn ich jetzt die gleichen Betrügereien mache wie früher, dann werde ich schnell super reich. Dort habe ich dann einen Kollegen kennengelernt. Auch aus einer Sinti-Familie. Und wir sind zusammen in ein Zimmer gegangen. Und wir hatten uns sprichwörtlich gesucht und gefunden. Was der eine nicht wusste, wusste der andere. Wir haben uns über unsere Straftaten unterhalten. Und er sagte, er hatte Drogen verkauft. Er hatte über sechs Jahre. Und wir haben dann kalkuliert, wer mehr verdient hatte. Und wir haben herausgestellt, er. Mit, sage ich jetzt mal, noch schwächeren Drogen wie Marihuana oder Amphetamin. Und ich habe ihn damals die Frage gestellt, ob er schon mal daran gedacht hat, Kokain zu verkaufen. Und er sagte, ja, warum nicht? Er hat die Leute dazu. Der nimmt ein Kilo. Der nimmt ein Kilo. Der nimmt wahrscheinlich auch ein Kilo. So drei, vier, fünf Kilo. Bis im Monat möglich. Im Mathe war ich immer ziemlich gut. Also sind bei mir die Dollarzeichen gekommen. Und ich sage, hey, pass auf, ich habe da eine Idee. Ich hatte schon Ausgang, er noch nicht. Also wollte ich, ich wollte dann gewisse Leute kontaktieren. Und er wollte seine Leute kontaktieren. Das hat aber nicht so ganz geklappt. Und dann waren wir ein bisschen enttäuscht. Aber dann sagte mein Kollege, ich habe auch viele Freunde. Die haben sehr viele Drogen. Zwar kein Kokain, aber Crystal Meth, Marihuana, Amphetamin, Amphetamin, also Speed, sagt man auf der Straße. Und die könnten sofort liefern. Ein paar Kilo, kein Problem. Und ich hatte gemischte Gefühle, was das getan hat. Aber ich hatte Geldgier. Also haben wir die Kontakte hergestellt. Und ich habe das erste Kilo Crystal Meth bekommen. Ich wusste eigentlich nicht, was ich damit machen soll. Das war nicht meine Kategorie von Freunden. Aber ich habe ziemlich schnell ein, zwei gute Abnehmer gefunden. Und hatte einen Umsatz von fast über 30.000 Euro in drei Wochen. Und ich dachte mir, wow, das geht ja gut. Wow, das funktioniert gut. Bring ruhig mehr. Bring mehr. Und wir hatten dann einen vereinbarten Zeitpunkt für die nächste Lieferung. Wir haben einen bestimmten Zeit für die nächste Drogen, die sie uns bringen sollten. Aber irgendwie habe ich in meinem Herzen auf einmal Unfrieden über alles bekommen. Aber plötzlich habe ich so Unrest in meinem Herz über all diese Stilings. Ich hatte sogar einen Traum, dass ich wieder im Gefängnis war. Und in diesem Traum hatte ich zehn Jahre Gefängnisstrafe. Das habe ich noch nicht oft erzählt, diesen Traum. Und mein Herz erinnert mich gerade daran. Und ich hatte es aber nicht wirklich für ernst genommen. Na ja, ein Traum. und die Lieferung aufzuhalten funktioniert dann auch nicht mehr. Die Leute waren auf dem Weg und ich dachte mir, okay, na komm, nimmst du den nächsten eineinhalb Kilo entgegen und dann kannst du einmal einen Stopp machen. Und dieser Tag X kam und die Tüte mit dem Crystal Meth war in einem Müllcontainer deponiert. Auf der anderen Seite war ein Supermarkt und ich hatte acht Stunden Ausgang an dem Tag. Ich war ja immer noch inhaftiert. Ich war noch nicht entlassen. Ich hätte noch zwei, drei Wochen gehabt zu entlassen. Aber es sollte alles anders kommen. Ich bin zu dem Mülleimer und habe die Tüte rausgenommen. Und wie ich zurück zum Fahrzeuglauf ein paar Meter vorher kam von der Seite ein Auto vom Gebüß sind sie rausgesprungen vom Supermarkt aus von allen Richtungen und alle haben die Pistole auf mich gerichtet. Und ich stand wie unter Schock. In dem Moment bleibt die Zeit stehen. Die haben mich auf den Boden und festgenommen. Und ich wusste, das war es jetzt erst mal. Für ganz, ganz lange Zeit. Das war mein Destin für lange Zeit. Die haben mich auf die Wache gefahren, auf die Polizeistation. Und dann kam ich in die Zelle. Dann saß ich das erste Mal in meinem Leben und habe nachgedacht. Und ich wusste, jetzt muss sich was verändern. Entweder ich sitze meine Strafe ab, komme raus und fange neu an, oder ich werde mein Leben lang immer wieder im Gefängnis sein. Ein Tag später kam ich ins Gefängnis und ich saß im Zugang, in einer Zugangszelle nennt sich das, so die erste Zelle, in die man kommt, wenn man neu ist. und ein unbekannter Mann war mit mir drin und fragt mich, ob ich was essen will. Und ich sage, nein. Er sagt, was hast du? Du bist so nachdenklich. Ich sage, ja. Ich glaube, ich sollte mal die Bibel lesen. Und er schaut mich an, ich vergesse es nie mehr. Und er sagt, du stehst noch unter Schock. Das beruhigt sich wieder. Und ich habe gesagt, nein, irgendwas ist anders. Irgendwas passiert. Ich brauche eine Bibel. Einen Tag später bin ich das erste Mal über den Gang gelaufen und ich frage die anderen Jungs, ob einer weiß, wo der Pfarrer ist. Und einer sagt mir, warum denn? Ich sage, ich hätte gerne Bibel. Er sagt, warte hier kurz. Er geht in seine Zelle, kommt raus und gibt mir eine braune Bibel, eine Elberfelder. Ich werde es nie mehr vergessen. Und ich habe sie angenommen, bin bedankt, bin zurück in meine Zelle und habe sie ins Regal gestellt. Ich habe sie noch nicht aufgemacht, aber ich hatte sie schon mal. das war der 31. Juli ungefähr 2015. Am 20. August 2015 musste ich kurz zum Gericht für eine Anhörung. Und an diesem Tag auf der Fahrt dorthin dachte ich, wenn ich die Chance habe, haue ich ab. Ich hatte noch über zweieinhalb Jahre offen vor meiner Strafe. und dachte, ich kriege noch mal um die zehn dazu. Es waren für mich so zwölf Jahre. Also dachte ich mir, wenn ich rennen kann, dann renne ich. Und wie wir ins Gerichtsgebäude reingegangen sind, sagte eine Beamte zum anderen, er müsste mal kurz austreten. und das war mein Signal. Ich sagte, ich komme mit. Ich hatte keine Fesseln. Ich gehe mit dem Beamten rein in die Toilette und bin in die letzte Tür hinten und habe das Fenster aufgemacht und wie es aufgeht, bin ich gesprungen und bin gerannt. und renn und renn und renn und renn und renn Ich wusste nicht wohin. Ich bin einfach nur gerannt. Ich bin weggerannt vor der Strafe, weggerannt vor den Konsequenzen, in Wahrheit weggerannt vor meinem Leben. Ich hatte keine Hoffnung mehr. Keine Ziele. Und dann bin ich in ein Solarium hinein. Und da war eine junge Dame und ich habe sie überredet mir kurz ihr Handy zu geben. Sie gab mir ihr Handy und ich habe jemanden angerufen. Und habe jemanden bestellt, der mich abholen soll. Ich habe die Adresse durchgegeben, habe aufgelegt und mich auf die Couch gesetzt. Und zu dem gleichen Zeitpunkt hat die halbe Stadt nach mir gesucht. Draußen durch die Fensterscheibe habe ich überall Blaulicht verhanden sehen. Ich wusste nicht, dass zusätzlich sogar Radioverhandlungen waren. Später habe ich erfahren, die wollten sogar schon die Hunde loslassen. Töne nach mir nicht nötig. Aber das war nicht nötig. Denn vorher hat mich jemand anders gefunden. Als ich auf dieser Couch saß, total hoffnungslos, hat auf einmal eine Stimme zu mir gesprochen. Und diese Stimme hat gesagt, wovor läufst du weg? Wovor hast du Angst? Ich bin bei dir. Und ich war geschockt. Ich dachte, ich bin verrückt. Egal, wie oft ich das schon im Leben erzählen durfte. Jedes Mal bin ich zugleich berührt davon. weil es dieser lebendige Gott war, der zu mir gesprochen hat. Und er hat ein zweites Mal gesprochen. Er hat gesagt, du kommst hier nicht weg. Aber alles wird gut. Ich bin bei dir. Ich habe sofort gewusst, das war Jesus. Kein anderer Gott. Keine Religion. Der lebendige Gott. Der auferstandene Gott. Der einzig wahre Gott. Jesus. Und es sind ein paar Minuten später vergangen. Und es kommen zwei Beamte und fragen mich, ob ich der Herr Wolf bin. Und ich sage nein. Und dann sind von dieser Seite auch zwei Beamte gekommen und dann sind noch mehr gekommen und dann haben sie leise miteinander gesprochen. Dann haben sie gesagt, wir müssen sie jetzt noch mal fragen. Sind Sie ganz sicher nicht, der Herr Wolf? Und ich schaue die ganzen Beamten an und wusste, ich komme eh nicht weg und sage, doch, ich bin es. und sie waren so freundlich. Ich habe denen so viele Probleme gemacht. Normalerweise wirst du geschlagen, wenn du so einen Aufstand machst. Und die sagen zu mir ganz freundlich, sie wissen, wir müssen sie jetzt wieder mitnehmen. Und ich sage, ja. Okay, lasst uns gehen. Sie haben mir hinten die Handschellen drauf. Davon gibt es heute noch ein Foto. Das wird in meinem Buch sein, auf dem Cover. Und ich kam hinten ins Auto rein und wurde zurückgefahren in die JVA. Und auf dem Weg zurück ins Gefängnis. da hatte ich einen Frieden in meinem Herzen, den ich vorher nicht kannte. Alles war weg. Die ganze Angst, die Hoffnungslosigkeit, Selbstanschlage, alles, was mich zerstört hat innerlich, es war weg. Es war weg. Ich hatte so ein Gefühl in meinem Herzen, ich wusste, ich muss zurück ins Gefängnis. Aber in meinem Herzen habe ich gedacht, ich komme auf die Malediven. ist kaum zu glauben. Aber es ist real. Und als sie die Tür hinter mir zugemacht haben, ich musste dann in den Arrest und durfte meine Sachen mitnehmen. Das ist nicht normal. Da kriegst du nur einen Schlafanzug und vielleicht ein Buch. Und die sagen, Herr Wolf, nehmen sie ihre Sachen mit. Und ganz oben drauf auf meinem Korb lag die Bibel. Und ich kam in diesen Arrest und ich habe die Bibel aufgeschlagen bei Matthäus. Nur Gott weiß warum. Bei Matthew. Ich habe nicht mit dem ersten Mose angefangen Matthäus. Ich weiß bis heute nicht warum. Aber ist auch nicht wichtig. Halleluja. Und ich lese die Bibel. Und ich fange an einen Brief zu schreiben an meine Mutter. Weil ich wusste, sie macht sich jetzt große Sorgen. Vom Gericht abgehauen, von der Polizei verfolgt. Also habe ich ihr den Brief geschrieben und schreibe Mama, mach dir keine Sorgen. alles ist gut. Ich habe angefangen die Bibel zu lesen. Und das hat mein Leben verändert. Und meine Mutter hat damals ihren Cousin angerufen. Es war Pastor Ricardo Wolf. Und sie sagt, hey Cousin, bitte fahr zu meinem Sohn. Sie sagt, ich weiß nicht, was da drin passiert. Aber er hat mir geschrieben, er liest die Bibel. So kenne ich meinen Sohn nicht. Bitte besuche ihn. Und er kam. Ein paar Tage später. Und nach diesem Besuch hat sich mein Leben komplett verändert. Er wurde mein Mentor. Ich hatte ein Jahr später mein Urteil vom weiteren sechs Jahren. Also hatte ich insgesamt zehn Jahre und drei Monate. Jetzt weiß ich, was der Traum bedeutet hat. Es war eine Warnung von Gott. Ich bin Gott dankbar für jeden Tag im Gefängnis. Jeden einzelnen Tag. Lieber sieben Jahre eingesperrt, aber die nächsten siebzig Jahre in wahrer Freiheit. Freiheit durch Christus. Geistliche Freiheit. Seelische Freiheit. Wenn ich nicht ins Gefängnis gekommen wäre, hätte ich vielleicht niemals diese Gnade gehabt, meinem Jesus zu begegnen. Und mein Mentor sagte zu mir, ich werde dir Bücher schicken, wenn die Zeit soweit ist. Er war sehr sensibel. Er hat mir nicht zu viel auf einmal geschickt. Immer zur richtigen Zeit die richtigen Bücher. Das erste Buch 2016 war über die Story von Nicky Cruz. Und ich lese das Buch und ich denke Jesus wenn du den verändern kannst, dann kannst du mich verändern und dann kannst du die ganze Welt verändern. Wenn die Menschen es zulassen. Und als ich die Bibel gelesen habe, dann kam ich in Lukas 5, Vers 31, 32. Und ich lese auf einmal, wie Jesus sagt, die Menschen wollten ihn anklagen, weil er mit den Sündern gegessen hat, mit den Verbrechern. Und Jesus sagt zu ihnen, ich bin nicht gekommen, um die Gesunden zu rufen, nicht für die Starken, sondern für die Schwachen, für die Kranken, die brauchen den Arzt. Und ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, Jesus, das bin ja ich. Ich bin der Kranke. Ich bin der Sünder. Ich brauche Heilung. Ich brauche Buße. Ich brauche Umkehr. Ich kann es nicht, aber du hast es mir ermöglicht. Weil du mich liebst. Ich weiß nicht, warum Gott mich liebt. Ich habe oft gesagt, Gott, ich würde mich selbst nicht lieben. Aber du liebst mich. Er hat mich geliebt. Uns geliebt. Als wir noch Sünder waren. Um uns aus der Sünde zu retten. zu deliver uns von Sünden. Let me see verse 32. have not come to arouse and invite and call the righteous but the earring ones, those not free from sin, to repentance, that is to change their minds for the better and heartily to amend their ways with abhorrence of their past sins. Amen. Ich hatte noch viele Jahre zu sitzen und ich dachte immer, ich muss die zehn Jahre bis Ende machen. Und ich habe gesagt, Gott, ich bleibe so lange drin, solange du willst, dass ich hier bin. Ich habe Schule gemacht. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Ich durfte im Jahr 2018 durfte ich das erste Mal einen Dienst machen. Ich wusste nicht, was ein Dienst ist. Ich war in einer Bibelstunde und es war extrem religiös. Und der Pfarrer hat gesprochen und ich sage, Jesus, das ist doch nicht das, was du willst. Das ist doch nicht das, was in deinem Wort steht. Die Menschen brauchen Liebe. Die brauchen deinen Geist. Die Gnade. Und ich bin zurück in meine Zelle und war traurig. Und Gott sagt, mein Sohn, mach du eine Bibelstunde. Und ich sage, Gott, ich weiß nicht, was das ist. Er sagt, egal, du weißt, wer ich bin. Ich bin mit dir. Und ich bin ins Schulgebäude zum Beamten. und ich habe gefragt, ob wir einmal die Woche in einen Raum rein dürfen. Und der Polizeibeamte schaut mich an und fragt, warum? Und ich sage, ich würde gerne eine Bibelstunde machen. Und er schaut mich ganz geschockt an. Und er sagt, das ist gut. Mach das. die erste Bibelstunde 2018 in Landsberg am Lech. Und am Anfang waren vier Personen da. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ich sage, Gott, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Also habe ich einen Brief mitgenommen von David Wilkerson. Es war mein geistliches Vorbild. Und den habe ich vorgelesen. Und die Menschen waren berührt. Und ich selbst auch. Und ohne zu wissen, wie es weitergeht, haben wir uns jeden Donnerstag im Gefängnis getroffen, um Gott anzubeten, um Gott zu loben. und es ging bis zu meiner Entlassung. 2020. Und an einem Tag weiß ich noch, da waren über 16 Personen, Kriminelle, von allen Nationen, die sich treffen an einem Donnerstag Abend im Gefängnis, um in das lebendige Wort Gottes zu schauen. Das kann nur Gott tun. Preist dem Herrn, nach sieben Jahren wurde ich dann entlassen, durch Gnade. Der Staatsanwalt wollte mich nicht rauslassen. die Richter nicht und das Gefängnis auch nicht und Gott spricht zu mir Wer macht deine Türen auf? Ich oder die Menschen? Und ich sage Gott du und er sagt sieben Jahre wirst du sitzen. Danach bist du bereit raus zu gehen und zu sagen was ich in deinem Leben getan habe. Und ein paar Wochen bevor ich die sieben Jahre hatte hat Gott alles so geführt dass alle die ein Stimmrecht hatten alle ja gesagt haben ich habe keine Ahnung wie das ging Richter Staatsanwalt Gefängnis alle ich kam nicht mal mehr vor das Gericht die haben einen Fax geschickt die Tür wurde aufgesperrt und sie haben gesagt Herr Wolf sie sind frei Halleluja nur Gott niemand sonst und seitdem darf ich meinem Gott dienen ich bin ein Teil einer wundervollen Gemeinde wir haben einen wundervollen Pastor und ein tolles Team die mit ganzem Herzen Gott dienen denen die Liebe Gottes am allerwichtigsten ist gründet jetzt noch weitere Standorte in Deutschland weil Gott die Menschen retten will und wir dürfen ein Teil davon sein Seine Gnade und seine Liebe mit der Welt zu teilen Halleluja Gelobt sein Gott Ich möchte euch ermutigen Egal wie aussichtslos das Leben manchmal ist Ob eure Kinder drogensüchtig sind Depressiv Alkoholiker Egal welche Sucht welches Problem Kein Problem ist zu groß für Gott denn Gott ist immer größer und er kann jedes Problem lösen wir müssen nur unser Herz öffnen Jeremia 29 13 bis 14 ihr werdet mich suchen und finden denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet so will ich mich von euch finden lassen 13 jeremia 29 dann ihr seht me inquire for und require me als vital necessity und find me wenn you search for me mit all your heart and then it says in verse 14 can I read it too I will be found by you says the Lord and I will release you from captivity and gather you from all the nations and all the places to which I have driven you says the Lord and I will bring you again to the place from which I caused you to carry it away captive that's a promise to all of us so don't ever give up trusting God for your own life but also for the lives that God has entrusted to you for him nothing is impossible keep your faith in him and know that Jesus has paid for everyone the full price otherwise he could have not said it is finished but it is finished believe God under all circumstances and you disappointed God cannot do two things he cannot lie and he cannot disappoint those that trust in him a hundred percent amen I thank God for this powerful testimony and how honest he is about it and you know there's many people out there in this world that are caught up in the love of money and they are on a track that goes down 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 because the love of money is the root of all evil and God wants us to come into his love relationship where he meets all our needs according to his riches in glory amen and I tell you one thing God gave him the most beautiful wife and now he has the most beautiful child and he is now a brother that really knows the love of God and gives the love of God Shalom Shalom through move up here you me Untertitelung des ZDF, 2020